Hi Leute, ich mache euch heute ein Video, das habt ihr schon millionenfach angefragt, kommt mir zumindest so vor. Und das ist meine Schmink-Sammlung. Ich habe erst überlegt, ob ich das Ganze vielleicht mit Stativ mache, weil das dann nicht so wackelt. Aber ich glaube, ich komme da nicht in meine Ecke mit dem Stativ, deswegen versuche ich das jetzt freihand. Twitter. Aber ja, also ich hoffe, es wackelt nicht so dolle und ihr seht alles. Und ja, ich werde jetzt aber nicht auf alle einzelnen Produkte mega lang eingehen, weil vieles war sowieso auch limitiert oder ja, es gibt auch einfach gar nicht so viel zu sagen, denke ich. Also schaut es euch an und für alle die, die es sich gewünscht haben, die ja, können sich jetzt freuen und ja, okay. Also das hier ist mein Schreibtisch. Und da vorne stehen halt so diverse, ja, Teile zum Unterbringen. Und das Teil, das ist aus dem Aldi Süd. Das gab es jetzt mal als Aktion, das haben die immer wieder mal. Den Tipp habe ich von Kreuztal 1900, irgendwas mit 80. Ich verlinke sie euch mal in der Infobox. Sie macht ganz super Videos, sie ist ganz süß und witzig. Und ja, auf jeden Fall hat sie den Tipp gegeben, dass Aldi sowas schon mal hat. Und als sie das gerade wieder hatten, hat sie das auch gesagt. Und ich habe bei mir genau das Letzte ergattern können. Also das ist eigentlich für Werkzeug, für Schrauben und sowas. Und ich habe da halt jetzt mein Schminkkram teilweise verstaut. Das, was halt in diese kleinen Schublädchen reingepasst hat, weil die sind wirklich nicht sehr groß. Aber für so Monolid-Schatten und Eyeliner und so ist das ganz gut. Ja, und das Ding, das ist auch aus Aldi. Ach ja, ich bin voller Stammkunde. Weil das ist eigentlich für so Büroablage und sowas. Und das muss man erst aufbauen. Es ist aus Pappe. Und dann hat man da halt drei Schubladen, wo man da so ein bisschen was verstauen kann. Das hier draußen rum, das habe ich selbst da dran geklebt. Das ist da nicht mit dabei, aber ich fand das so ein bisschen zu, ja, trist. Und dann habe ich das noch dran gemacht. Da in der Ecke, da stehen noch so ein paar Sachen. Da gehe ich dann gleich mehr drauf ein. Und nach den Teilen werde ich sehr, sehr oft gefragt, weil man die im Hintergrund von meinem Video oft sieht. Das sind Boxen aus dem Kick. Ich meine, die hätten so, ja, ich weiß nicht, vier Euro oder unter vier Euro noch. Ich weiß nicht mehr genau, was die gekostet haben. Aber die haben die hin und wieder mal. Ich war jetzt zuletzt nochmal bei Kick und da hatten sie das nicht. Aber müsst ihr immer mal wieder schauen. Und dann könnt ihr auch mal dazu schlagen, wenn euch die Teile gefallen. Wobei ich sagen muss, die haben auch ihre Nachteile. Also wenn ihr die zu voll macht, nach oben hin, dann klemmen die schon mal. Also dürft ihr auf jeden Fall nicht überfüllen. Hier geht es dann weiter. Das Teil, da gehe ich auch noch mehr drauf ein. Und da habe ich dann halt in Bechern so verschiedene Dinge aufbewahrt. Erstmal grob, als Überblick. Ja, und das Bärchen kommt nicht in den Schrank. Nur weil es ein Mützchen anhat und so einen Schal, will ich es nicht diskriminieren und wegpacken. Nur weil kein Weihnachten mehr ist, das arme Bärchen. Ja, okay. Jetzt geht es aber los. So, ich sitze jetzt auf meinem Schreibtisch. Und ich fange mal diesem Ding hier an. Weil, ja, alles nach der Reihe. Oben drauf habe ich so ein paar Cremes stehen. Das hier, ähm, von Balea eine. Die hatte ich erst im Kleinen. Die hatte ich schon ganz, ganz lange. Die haben jetzt schon die Gestaltung wieder anders. Da erzähle ich dann auch noch mal was zu, zu den Sachen. Ähm, das hier Kaufmanns Kindercreme und so. Und Wattepads sind da oben noch welche. Die haben unten nicht mehr reingepasst. Und das hier habe ich geschenkt bekommen von der lieben Tatjana. Ich überlege gerade, wie ihr Nickname ist. Pink Fairy, oder? Ich kann mir meinen Nicknamen nicht merken. Das ist so richtig peinlich. Aber sie verlinke ich euch auch mal unten. Die sind nämlich total lieb. Und, ähm, ja, ich habe sie euch auch schon mal verlinkt. Naja, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, das Video wird furchtbar lang. Tut mir leid. Aber, ja, wenn man sowas dreht, dann wird es eigentlich immer lang. Auf jeden Fall. Hier oben drinne habe ich falsche Wimpern. Das hier sind jetzt von Essence aus der Fairy Tail. Und darunter sind noch welche von Zoeva. Und daneben sind noch mehr Wimpern. Und einmal von, ähm, Rivaldi Lou und Cherry, Dingswumpster, Red Cherry. Die hatte ich mal online bestellt. Und da unten drin liegt noch so ein Kleber. Der war irgendwo mal mit dabei. Und hier sind die von P2 aus dieser Make-Up Parade. Und das hier ist noch leer. Da habe ich gestern ein bisschen umsortiert. Und hier fangen dann meine Rouges an. Also das hier ist aus dieser Catrice New Sensation. Das von L'Oreal und darunter. Ist noch eins von Essence aus dieser Ethno Couture. Und hier habe ich das aus der P2. Äh, wisst ihr schon? Und da ist das von P2, dieses Universe Eyeshadow Hotel, was man super als Rouge nehmen kann. Was die leider nicht mehr haben. Schon lange nicht mehr. Wovon ich aber ganz viele Backups habe, die ich euch gleich noch zeigen werde. Und halt, cute ist hell. Ich wollte doch gar nicht auf alles einzeln eingehen, naja. Dann habe ich da drinne einzelne Lidschatten. Das sind diverse von Catrice aus Limited Editions. UMA und dahinter ist noch so ein ganz alter... Quatsch, gar nicht. Das ist der nicht von Essence. Ich dachte, der war von Essence. Das ist von Wet n' Wild. So ein schimmriges Weiß. Das hat mir mal jemand zugeschickt. Und das ist sehr, sehr schön. Das ist richtig farbintensiv und gut pigmentiert und sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Und hat auch eine ganz cremige Textur. Und ja, hier geht's weiter. Da habe ich von P2. Ähm, die Lidschatten, ich stelle das mal gerade hier ab. Und da drunter habe ich von Essence aus dieser... Wie hieß die? Creamy Licious. Ähm, da habe ich noch zwei Lidschatten von. Hier geht's da wieder weiter. Noch ein paar Mono-Dinger. Essence, Fifties Fever und Cortezal. Und hier habe ich meine Universe Eyeshadows. Äh, ich glaube, ich habe da fast alle Farben von früher noch aus dem Sortiment. Bis auf dieses Blau und so. Also manche habe ich nicht, aber die meisten habe ich, weil ich die richtig schön finde. Und dann geht's hier weiter. Hier habe ich den Alverde Lidschatten aus dieser Zauberwald LE. Das ist mein Urban Decay Mono-Lidschatten. Und hier habe ich noch meine beiden MAC. Das ist Club und das ist Satin Taupe. Und dann geht es hier weiter. Da sind auch noch mal Mono-Dinger drin. Das ist der, den ich eben verwechselt habe. Das ist ein Creme-Lidschatten von Essence. Und ich finde den ganz schön. Ich habe den auch schon mal für Fotos verwendet und auf den Lippen aufgetragen. Sehr, sehr cool der Effekt. Der ist aus Amerika. Ähm, ja, Rivalde Loup. Und hier habe ich noch so eine leere Mailbox von Manhattan. Und hier habe ich zwei Paletten. Einmal dieses Pocket-Ding von Essence und meine Art Deco-Palette. Da könnt ihr die sehen. Also die großen Lidschatten hier, das sind Manhattan-Lidschatten. Genauso wie der. Und das hier ist ein Art Deco-Lidschatten. Hier habe ich dann von P2 aus dem alten Sortiment noch Creme-Lidschatten. Die benutze ich viel zu selten. Ich mag die eigentlich sehr gerne, aber... Motorrad. Oder Roller. Ähm, ja. Aber irgendwie, keine Ahnung. Und hier habe ich noch diese P2-Eye-Soufflé, die es auch nicht mehr gibt. Dahinter sind UMA-Creme-Lidschatten. Eigentlich benutze ich die alle sehr gerne. Aber irgendwie viel zu selten auch wieder. Dann habe ich hier Flüssig-Eyeliner. Also so Glitzer, so Schimmer. Ganz normal schwarz. Hier von Urban Decay. Ja, sowas alles. Und hier geht es dann los mit Gela-Linern. Aber ich traue mich gar nicht mehr, diese von Essence anzurühren. Ich habe den Verdacht, dass die ausgetrocknet sind. Aber ich traue mich nicht nachzugucken. Ähm, ja. UMA-Gela-Liner. Der war mal bei Coco aus dem Shop. Ich weiß gar nicht mehr, ob die die noch hat. Sonst müsste man bei Rebecca Flöter gucken. Ich meine, das sind die von Coastal Island. Oder Ebay. Guckt auch bei Ebay da. Ich meine, ich hätte auch schon gehört, dass es die da gibt. Das sind die zu Eva Gel-Eyeliner oder Creme-Eyeliner. Und hier habe ich dann ein Backup von meinem Concealer, weil ich nicht ganz so oft zu Rossmann komme. Und das ist für Augenbrauen von Ebay. Und hier habe ich noch weitere Bases. Also Urban Decay Primer Potion habe ich zweimal in so einem, ja, Test-Dingsbum. Das ist für die UMA-Base. Dann habe ich hier drin eine Spitzer. Den müsste ich mal ein bisschen sauber machen, sehe ich gerade. Und mein Tiger Balm. Wegen Kopfschmerzen und so. Und hier die anderen, die sind alle leer. Bis auf die unterste Reihe, da habe ich hier noch diese Make-up-Parade Top-Secret Fashion Tapes. Also so Sachen, die man an die Klamotten klebt, damit die genau da halten, wie sie sollen. Dann habe ich hier meine Backups von meinem Lieblings-P2-Rosch. Beziehungsweise Lieblings-P2-Rosch. Ja, hier auch nochmal. Okay, jetzt haltet ihr mich für eure Rüge. Ja, ich kann das nie im Leben auch brauchen, aber was soll's. Und hier habe ich mein Backup von meinem Knicks-Konturier-Puder. Dieses Rouge in Taupe. Und ganz hier unten in der großen Schublade, da habe ich meine ganzen Wattepads, damit ich da schnell drankomme, wenn ich mal eins brauche. Und Wattestäbchen. Und ja. Das war das Ding. Ich finde, so viel ist es gar nicht, aber in diese kleinen Fächer passt eben auch nicht so wahnsinnig viel rein. Deswegen war das jetzt viel Auf- und Zugeschiebe. Ja, hier oben habe ich dieses Ding, wo ich meine Pigmente habe. Das habe ich euch in meinem Nagellachs-Sammlungsvideo schon mal gezeigt, weil ich da auch Nagelzeugs drin habe. Ich denke, ich muss da nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Da sind halt Pigmente drin. Verschiedene Abfüllungen von Mac, die ich mal irgendwann gekauft habe. So Eva, Rebecca Flöter. Was ist da noch? Ja, ganz viel Verschiedenes. Da hinten habe ich noch ein paar andere Alte und Mac und keine Ahnung was. Ja. Und dann kommen wir zu dem Ding. Und ich muss mich mal gerade anders hinsetzen, sonst seht ihr das nicht. Hier haben wir jetzt dieses Karton-Ding. Und jetzt ist hier eine Fliege reingeflogen. Hoffentlich fliegt die nicht ins Bild. Hier oben habe ich diverse Cremes. Oh Gott, ist die groß. Also ich habe hier Vaseline erstmal. Kann man ja immer mal gebrauchen. Nicht. Und dann habe ich hier meine Balea Young mattierende Tagescreme. Finde ich ganz in Ordnung. Dann habe ich hier eine Nachtcreme von Balea. Die finde ich ganz gut ab und zu, wenn nicht mal was reicht. Ist die Kamera ausgegangen. Body Lotion von HIP. Und hier hinten habe ich dann Bronzer und Highlighter. Also den habt ihr letztens erst gesehen. Dieser Mary Luminizer. Ich habe den in der Packung gelassen, weil ich den so schön finde. Dann habe ich hier mal einen Spitzer von NYX. Die könnte ich eigentlich mal zu den anderen Spitzern tun. Naja. Ähm. Hier ist mein Bronzer von Essence. Hier habe ich meine Highlighter. No. Kennt ihr. Hier hinten habe ich noch von Essence aus dieser Glitz. Dieses Glitzerzeug. Was ich eigentlich selten benutze. Sehr selten. Aber ich finde es sehr schön. Und deswegen behalte ich es. Dann habe ich hier meine Ico Sachen. Diese Ico Creme da. Diese Schimmern da. Hier habe ich mir die Extra Glow mal gekauft. Weil ich die auch gern haben wollte. Und die Tinted Cream da. Die habe ich mir auch mal gekauft. Weil ich die auch testen wollte. Schon lange. Hier habe ich dann noch in dieser Schublade dieses Täschchen gehabt. Und da habe ich... Moment. Da habe ich so ein paar Backups drinne. Also der Milk Jumbo Eye Pencil. Den habe ich hier zweimal als Backup. Weil ich den gut finde und nicht ständig darauf angewiesen sein will. Da irgendwie teuer in Deutschland oder... Ne, so teuer ist es ja nicht. Aber ich finde es trotzdem noch teuer. Und dann habe ich mir den mehrmals dann bei einer Cherry Culture Bestellung bestellt. Und dann habe ich den als Backup. Und dann ist gut. Genauso wie der Cottage Cheese. Und hier, das hier ist meine Lieblingsbase von P2. Diese Paradise Dream Eye Pencil in der 060 Charming Gold. Den gibt es nicht mehr. Und deswegen habe ich mir davon Backups gesichert. Und die lasern hier in diesem Täschchen hinten in der Schublade. So ganz als letztes. Damit sie nicht weiter stören. Und wenn ich sie brauche, dann habe ich sie da. Dann geht es weiter. Und zwar hier. Hier habe ich meine ganzen Paletten drinne. Ich hole die jetzt auch mal raus. Dann könnt ihr die gut sehen. Also die hier, das ist so eine Mini 120er Palette. Die habe ich mal bei der Chica Arena bei einem Contest gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wo ihr die bekommen könnt. Da sind eben auch ganz schöne bunte Lidschatten drin. Die meisten davon sind schimmernd. Aber es gibt auch viele Matte. Und unten drin habt ihr dann da so einen kleinen matten Highlighter, Konturpuder und verschiedene Rougefarben. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo ihr das Teil bekommen könnt. Dann habe ich meine Naked Palette da drin. Die kennt ihr ja wahrscheinlich schon. Und dann meine Zoeva Paletten. Das hier ist die Lippenpalette. Mit den verschiedenen Lippenfarben. Das ist die, wie heißt du, Sun Kiss Palette. Dann habe ich da drinne die, was bist du? Genau, die Lippenpalette. Das ist die matte Version. Es gibt ja noch eine schimmernde. Die habe ich nicht. Dann nehme ich mal da hinten die 120er Palette. Die kennen bestimmt viele von euch. Die könnt ihr bei Ebay zum Beispiel auch kaufen. Da sind erstmal die Farben. Und da drunter geht es dann so weiter. Solchen Farben. Dann habe ich da drinnen noch diese Rougepalette von Zoeva. Mit diesen wärmeren Farben. Diese Palette. 88er Schimmerpalette. Und zu guter Letzt Metallic Stones Palette. Und hier unten habe ich dann so diverse kleine Paletten. Hier von L.A. Colors. Von Cherry Culture bestellt. Die NYX Palette. I Dream of Jamaica. Das sind diese neutralen Farben. Da. Und hier von Manhattan. Diese Limited Edition. Da auch nochmal. Hier habe ich von Ivalde Lupiang. So ein Augenbrauen Zeug. Aber die obere Farbe ist mir zu warm. Die mittlere zu dunkel. Und deswegen nehme ich die meistens als Lidl. Hier diese Haute Couleur. Von Catrice. Das war eine Limited Edition. Aber diese Farben gab es auch mal von Essence. So in der Zusammenstellung. Ich weiß aber nicht, ob es sie noch gibt. Hier von Ivalde Lupiang. So eine Palette. Und da hinten diese Manhattan Color Meets Elegance. Und da hinten habe ich noch zwei Mascaras. Die ich hin und wieder verwende. Aber nicht sehr oft. Weil ich meine UMA Mascara eigentlich immer benutze. Und mein Fuß schläft ein. Oh. So. Ich habe mich jetzt mal auf meinen Schreibtischstuhl gesetzt. Weil mein Bein gerade total einschläft. Und ich hasse das. Und jetzt wird das so eklig. Naja. Hier habe ich meine Abschminktücher von Balea. Die finde ich ganz in Ordnung. Aber die nehmen natürlich nur das Grobe runter. Also ich weiß, dass viele nur sowas verwenden. Leute. Das geht nicht. Ihr müsst dann nochmal nachwaschen. Weil das nimmt nur das Grobste runter. Da habe ich nochmal ein paar Wattestäbchen. Die da nicht mehr reingefasst haben. In das kleine Teil. Hier drinne habe ich so Haarbüß und so Spangen. Moment. Und also da sind so... Das ist nicht alles, was ich habe. Aber das will ich immer hier direkt am Schreibtisch haben. Damit ich es griffbereit habe. So. Die Haargummis von Ebelin. Die Haarklammern hier. Keine Ahnung, wo die her waren. Ich glaube mal von C und A. Aber ist schon ewig her. Die hier waren mal aus dem McGuides, meine ich. Für einen Euro oder zwei Euro. Weil das ist so ein riesiges Set. Und ich finde diese kleinen Klammern wirklich praktisch schon mal. Wenn ich mein Pony zurückstecken will. Wenn mich das nervt. Und hier habe ich dann auch so normale Klammerchen. Die waren auch teilweise in so Sets. Oder teilweise auch aus dem Urlaub. Und ja. Und dieses Schächtelchen. Das bekommt ihr übrigens bei Cake. Also ich weiß nicht, ob es das jetzt immer noch gibt. Ich habe das jetzt erst vor kurzem gekauft. Kann sein, dass die das noch haben. Das schließt ein bisschen schwierig. Aber ich finde es so, so hübsch. Auch zum Verschenken oder so ist das total niedlich. Und da steht drauf. Sweetheart Forever. Also ich finde das sehr, sehr niedlich. Aber ja, ich dachte zuerst so. Ja, das ist eigentlich nur so zum Verschenken oder so. Aber mir hat das so gut gefallen. Da dachte ich, irgendwas finde ich schon, was ich da reinpacken kann. Und ja. Hier habe ich dann meine Foundations drin. Das Täschchen. Wo war das her? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das gab es mal bei Yves Rocher bei einer Bestellung dabei. Mit so einer anderen großen Tasche. Und ja. Hier habe ich das von Nivea. Eigentlich finde ich das ganz in Ordnung. Aber meine Haut, die speckt irgendwann total. Und dann sieht das nicht mehr so toll aus. Das hier ist von P2, dieses Make-up. Wenn ich die beiden mische, dann ist das... Also das ist ziemlich rosastichig und das ist relativ gelbstichig. Und wenn ich die mische, dann ist das von dieser Farbe her ziemlich in Ordnung. Aber es könnte noch ein Tekela sein. Also ja. Das ist von Milani das. Finde ich nicht so toll. Das ist dieses Matmorphos-Zeug. Das ist manchmal ganz in Ordnung, wenn man gepflegte Haut hat. Aber sonst betont es so die Hautschüppchen und so. Und hier habe ich immer noch dieses von Manhattan. Keine Ahnung. Könnte ich auch mal wegschmeißen. So, kommen wir zu diesen Dingern. Da habe ich einmal oben drauf stehen. Nagelackentferner. Dann diese kleinen Dry Drops von Essence. Die kleine Frosch ist von meiner Freundin. Hat er mir mal geschenkt. Genauso wie diese Rose. Dahinter ist von Manhattan dieses Fixing Spray. Dann habe ich da in diesem großen Teil von Rivaldi Loop ein Gesichtswasser, was ich euch nicht empfehlen kann. Und was ich euch empfehlen kann von Rivaldi Loop, der Augenmakeup-Entferner. Und dann noch von Essence so ein Augenmakeup-Entferner, der aber ölhaltig ist. Das ist, was ich eigentlich nicht so gern mag. Aber wenn man mal irgendwie, ja, wasserfestes Zeug drauf hat, ist es natürlich besser. Dann kommen wir zu diesen Dingern. Da bewege ich drin auf meine Lippensachen. Und zwar, ich fange mal hier an. Ich hole das am besten mal komplett raus. Damit ihr das genau sehen könnt. Also. Da habe ich drin ganz viele P2-Lipglosse. Hier dieses von Debbie. Und Essence. Und da auch nochmal Essence. Und hier unten ist Makeup Factory P2. Und dieses Florence, was sie bei DM einmal im Jahr, habe ich festgestellt, haben. So zwischen Januar, Februar so. Und hier noch von China Glaze. Das war mal in so einem Set mit drin. Und Manhattan. Und hier dieses Wild and Crazy. Auch von Cherry Culture. Und dann nochmal Essence. Und ja. Also hier drin habe ich so meine Lieblings-Lipglosse. Die ich einfach immer sehr, sehr schön finde. Die man viel einsetzen kann. Dann geht es weiter mit der zweiten Schublade. Da habe ich Lippenstifte. Und das ist einmal hier Cindy von MAC. Und hier habe ich Catrice. Da auch nochmal. Hier auch nochmal. Da auch nochmal. Was ist das? Das ist auch hier Makeup Factory. Das ist Revival de Loup. Hier habe ich die beiden Fifties Fever Lippenstifte von Essence. Diese limitierten. Und einen von L'Oreal. Da habe ich meine P2 Lippenstifte. Die alten aus dem alten Sortiment. Der hier aus einer Limited Edition. Den ich leider nicht so viel tragen kann, weil der sich in meine Lippenfältchen setzt ohne Ende. Ein neuer von P2. Und hier meine NYX Lippenstifte. Und der hier ist von ADECO. Den gab es mal runtergesetzt. Und da dachte ich, da nehme ich ihn mal mit. Okay, dann hier. Hier habe ich meine Lippenprodukte, die langanhaltend sind. Also alles, was so verspricht, ihr nicht zu halten. Und was ich auch für gut befunden habe, ist hier drin. Das sind erstmal diese Superstay Color Dinger von Maybelline. Die habe ich hier alle drin. Die sind ja jetzt aus dem Sortiment gegangen. Aber die haben die ja durch irgendwie was Neues ersetzt. Was im Grunde genau dasselbe ist. Und hier diese Soft Matte Lip Cream. Das ist immer von NYX und von Manhattan. Und hier habe ich von AICO. Diese beiden Dinger da. Für die Lippen, für die Wangen. Ich benutze die eigentlich irgendwie gar nicht. Ich hoffe, dass die Farbe hier. War das die oder die? Na, diese helle Rosa. Na, die fand ich richtig, richtig schön. Ansonsten habe ich hier noch einen Lippenstift von Krohn drin. Den habe ich mal von The Problem Zone geschenkt bekommen. Und die macht leider keine Videos mehr. Schon ganz lange nicht mehr. Voll schade. Und hier habe ich noch so einen Lip Liner. Und hier habe ich noch einen Lippenstift. Und hier habe ich meine Pixi Lippenpalette. Aber solche Paletten verwende ich irgendwie ziemlich selten, wie ihr seht. Ich finde die total schön. Aber ja, ihr seht, ich habe die eigentlich gar nicht benutzt. Weil das einfach dann immer mit einem Pinsel aufgetragen werden muss. Und das nervt mich. Keine Ahnung. Obwohl das noch echt praktisch ist, weil man viele Farben hat und so. Also so rötliche Sachen habe ich nämlich hier drin an Glossen. Und so Stifte. Und hier dieser Lip Gloss. Der ist ganz effektvoll hell und so. Der ist von Wet n' Wild. Und ja, es ist alles so ein bisschen auffälliger, was man nicht immer tragen kann. Und was auch ein bisschen schwierig ist mit dem Tragen an sich. Weil das halt manchmal Gloss ist, was rot ist. Und das ist ja, wenn das verwischt, dann ist es ziemlich schlecht. Und deswegen habe ich da so kritische Sachen drin, die ich aber trotzdem schön finde. So, ich habe jetzt mal das Fenster zugemacht, damit wir uns noch hören können. Aber jetzt wird unten gesaugt. Aber keine Ahnung, das passt schon so. Hier drin habe ich jetzt so mein Alltagskram. Ich hatte den vorher hier drin. Aber ich fand das irgendwie dann hier drin praktischer, weil das gülsichtig ist. Und weil ich da direkt alles sehe. Und ich zeige euch jetzt mal, was da drin ist. Übrigens, dieses Ding, das war mal bei einer Aldi-Aktion. Ja, schon wie der Aldi. Da hatten die gerade hier diese Haarbürsten da drin. Und dann habe ich das dafür dann benutzt, um da mein Alltagskram reinzutun. Hier habe ich meinen Primer von L'Oreal drin. Meine Mascara, die ich immer verwende von UMA. Diesen Puderpinsel in Reisegröße von Sigma. Mein Concealer von Rival de L'Oreal. Mein Mix-Kontur-Puder. Meine Wimpernzange. Allverde Camouflage. Das, man hätte ein Clear Face-Puder. Dann dieser Milani Liquid Eyeliner von Balea. Das Puder habe ich da auch mit drin, weil ich das im Moment teste. Und meine Eyeshadow Base. Das ist so ein Paradise Dream Eye Pencil. Den habe ich ausgequetscht und hier reingefüllt, weil der fast leer war. Oder er war leer. Man konnte nichts mehr rausholen. Aber so viel ist dann da doch noch drin. Deswegen habe ich das da reingetan. Dann habe ich eine Abfüllung von meiner Tagescreme. Da habe ich diesen Schatten, der so aussieht wie so ein Gesichtspuder, womit man gut verblenden kann. Hier dieses Make-Up Factory Duo. Ein Haargummi. Weil ich das auch mit meinem Freund immer nehme, das ganze Ding. In diesem Becher habe ich meine ganzen P2 Paradise Dream Eye Pencils, die ich ja nicht mehr kaufen kann, die es nicht mehr gibt. Das ist der, den ich im Moment benutze. Dieser Charming Gold. Und hier das sind noch andere Farben. Die Farbe hier finde ich scheußlich. Also das ist dieses Playful Apricot. Falls das jemand von euch hat, findet ihr das auch so schlimm. Also das haben sie wirklich gut gemacht, dass sie es rausgenommen haben, weil das sieht so krümmelig aus auf dem Lied irgendwie. Die anderen Farben waren echt schön. Hier in dem Becher habe ich meine NYX Jumbo Eye Pencils. Muss ich denke ich nicht viel zu sagen. Habe ich in Amerika auch mitbestellt. Virtual Culture. Und dann habe ich hier meine ganzen Kajalstifte drin. Dann habe ich zu Eva drin. UMA, Catrice, Essence, Manhattan. Was habe ich da noch? Ja, Urban Decay. Ja, so ganz verschiedene Ico. Ja. So, und jetzt kommen wir zu meinen Pinseln. Das sind die meisten von Sigma und teilweise von zu Eva. Teilweise weiß ich nicht, wo sie her sind, weil ich sie, ähm, also einen zumindest, glaube ich, von meiner Mutter geschenkt bekommen. Das war der hier. Da haben mich früher immer viele nachgefragt, weil ich dann nie, ähm, sagen konnte, wo der her ist. Weiß ich auch immer mal nicht. Sie weiß es auch nicht mehr. Ähm, ja, also das meiste sind halt Sigma-Pinsel und drunter gemischt auch teilweise zu Eva. Die habe ich hier alle so aufgestellt. Das Glas hier, das ist von Ikea. Ich habe keine Ahnung, ob es das noch gibt. Diese Dinge habe ich selbst gebastelt, damit das alles so ein bisschen abgetrennt ist und nicht so durcheinander. Ähm, ja, mein Puderpinsel ist im Moment noch alleine, weil die restlichen Pinsel unten trocknen. Ich denke, ich musste auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil Pinsel-Reviews habe ich ja schon gemacht. Und da könnt ihr die dann auch alle gut sehen. Hier unten noch Kabuki und so und, ja, Foundation, Concealer und so ein Kram. So, das war meine Schminksammlung. Meine Stimme geht schon wieder weg. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und, äh, ja, weil so viele haben danach gefragt. Ich weiß zwar nicht genau, was ihr jetzt davon habt, das alles gesehen zu haben. Aber ich denke, es geht um die Unterbringung vor allem, oder, ja. Okay, äh, gibt es noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Also einzeln werde ich auf meine Produkte nicht eingehen, das kann ich euch direkt sagen, weil, äh, das ist echt dann, das werden lange Videos. Und das hier ist schon ein langes Video geworden. Äh, äh, meine Nagellack-Sammlung, da habe ich ja ein Video zu tun, das verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Dann könnt ihr euch das nochmal reinziehen, wenn ihr darauf Lust habt. Ansonsten, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube nicht. Ja. Okay, dann war es das jetzt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.